Jo hallo leute Jetzt mal Bisschen Tenkai-Shi 3 Dachte wir gucken uns erstmal ne Wiederholung an Danach Zocke ich vielleicht noch ein bisschen Ja da denn Finde ich mal geil diese Lade-Sequenzen hier Kannst wenigstens was machen Ja ich rede nicht viel Das ist eher Gameplay Ich weiß nicht, dass ich sehr gerne habe Was ist das all? Das ist so geil. Wer hätte es gedacht ich habe natürlich gewonnen aber jetzt spiele ich und da heißt es nicht dass ich gewinne wahrscheinlich verliere ich er ich finde die computergegner alles andere als leicht in diesem spiel mach einzelkämpfe ich habe noch keine ahnung wen ich nehmen soll ach ich genau ich habe noch nicht alle charaktere wie man vielleicht schon gesehen hat gerade kommt eine wapuoli Wir nehmen den normalen. Habe ich sowieso noch nicht. Wir kämpfen natürlich gegen Son Goku. Nein. Ich nehme einfach mal zufällig Musik. Oder nein, nein, nein. So waren gut. Ich bin nicht gespürt. Power Skal war gut. Nein. Oh, geht doch. Wir kämpfen in so einer Stadt hier, ne? Aber jetzt könnt ihr sehen, wie ich verkacke. Sicherheit. Könnt ihr auch so viel essen wie Son Goku? Ich nicht. KAKARODE! KAKARODE! Ich bin Goku und ich bin von der Erde! Sind Sie bereit? Los! Toll, fängt der gut an. Hahaha! Ja! Aber treib's nicht! Scheiße, man! Wieso schlecht den drehen? Aua! Er verprügelt mich einfach bloß, Alter! Und ja, das ist sehr schwer eingestellt. Ich kann gar nichts machen, Alter! Mord an, ey! Lass mich doch auch mal was machen! Ich glaube es nicht! Tief! Tief! Jetzt. Tief! Und ja! Sie sind auge und mannisch! Es wird gestartet. Ja, toll. Wusste gar nicht, was in der Attacke ist. Enjoy this! Du hast das Geld verdient! Wow, Alter, ich hab noch gewonnen Das ist doch mal ein geiles Spiel, oder? Oh ja Und noch ein Kampf Daubelbein Fähnen können wir doch mal machen So alte Charaktere Jetzt nimm ich mal hier Kid Goku Und wir kämpfen gegen Tauwaibei Das ist natürlich ne andere Musik Um Mhm Das ist glaube ich auch gut Ja, ich glaube den nimm wir Was passt denn jetzt sehr gut? Wollen wir mal in Weltall kämpfen? Oh ja Vor allem die können beide nicht fliegen Oh, ja. Freezas Raumschiff. Och, ich hasse das. Mann! Kann ich ausweichen? Kann ich ausweichen? Ja, natürlich. Hier geht's! Hä? Okay, der Typ will mich verarschen, oder? Okay, normal. Das sehe ich nicht ein. Warum kann ich denn hier ausweichen? Was soll denn das? Von hat das mit den Porten noch so gut geklappt? Dann funktioniert es gar nicht. Das ist irgendwie immer so, wenn man aufnimmt, dann alles geht nichts mehr. Kämpft man wie so'n Arsch. Mann! Der Typ nervt mich sowas von. Scheiße mal! So, jetzt reicht's jetzt blockig ab. Mach den Scheiß! Ja, na, ist klar. Ja, na, ist klar. Ey, der macht mich hier perfekt platt, Alter. Kann nichts machen. Das ist doch nicht normal. Da kack ich auch auf die Schwierigkeit. Was soll das? So krank. So, jetzt geht ich im Power-Modus hier. Ja, ey, wilder Sinn hier. Scheiß Cheater. Super, das ist ein ganz starker guy. Dann will ich auch keine Lust mehr geben. Ist ein Scheiß. So wird das? Ja, jetzt geht's. Komm her! Ren snäht zu sind. Hoi! Ja! Mann, der trifft nie, ey. Mann. Da. Weischt mir langsam hier. Ich versteh nicht, wie der immer hinter mir kommt. Hä? Das wird funktioniert. Ich hasse dich. Ey, einmal. Ich kapier das einfach nicht. Sag mal, scheatet der oder was? Der hat gar keine Wirkung. So, jetzt reicht es mir hier. Ich werde alles, was ich hatte, um zu schlafen. Hau rein. So, jetzt konnte ich wenigstens noch einmal gewinnen. Wenn es schlecht war. Ist mir doch scheißegal. Zurück. So, das war dann. Geh an, geh an, hurry. Hör, lass es machen. Den, den, den Video rühren. Wir sehen uns dann wieder bei irgendein anderem Video. Oder, weiss ich wo. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.